Grüße, Grüße, kreiert sich noch einmal zu Controls G, habe ich ja gesagt. Da ist mir immer richtig. Letztens habe ich mir ja einmal zum Test die gecrackte Version heruntergeladen. Ja, Testen und dann gelöscht. Ich habe das Windows neu gemacht, also somit habe ich die Dateien alle nicht mehr. Und bei 10 Euro konnte ich nicht Nein sagen. Nein, bei 30 Euro, wenn man zu viel, habe ich gesagt, der Laus ist. Aber ja. Aber nicht zu viel sagen, weil ich weiß ja, wie was YouTube davon hält. Nein, ich zeige auch nicht, wo wir das runter und wie wir was runterladen. Das mache ich nicht mehr. Das habe ich schon einmal gemacht, aber das nehmen wir mehr. Nein, aber es ist doch Recharge. Vielleicht sollte ich einmal die Audio ein bisschen runtergehen. Ich habe das Windows neu installiert gehabt, deshalb habe ich, ja, das sind die ganzen Sachen nicht mehr. Ich hoffe, es passt auch von der Aufnahme, ich kann ja die Eads fangen, ich meine meine ich auch. Wenn es ein bisschen zart ist, dann zerbekeh ich gerade. Das Schelter sollte aber jetzt gehen. Aha. Nein, okay, das war von vorher schon das schönste. Ja, ich sammle das alles wegen ein paar Echifis. Machen wir wieder den Bekannten. Jawohl. Eigentlich müssten wir ja das von ganz hinten machen. Aber da haben wir... Oh, oh, oh. Na, geh. Na, das sammeln wir kurz ein. Kollektor. Na, komm. So, wir können Donbino-Effekt machen. Nein, das habe ich noch einmal geschafft. Scheiße. Wer räumt das jetzt alles wieder auf? Nee, ich nicht. Da haben wir wieder unser Ding da. Ja, die Infoherren will, äh, ja, äh, schaut's in mein letztes Video an. Na, Reaper. Da haben wir noch was. Ah, ja, das habe ich letztes vergessen. Oh, scheiße. Scheiße. Na, geh. Das ist ja ein bisschen... Oh, Mann. Warum ist das Ding nicht umgefallen? Ist eh wurscht. Immer meiner. Da sind wir ja schon wieder da, wo wir nicht hingehen. Nein, da soll mich verreden mit dir jedes Mal. Von da, komm her. Entschuldigung. Executive Geschichte, Mann. Ah, ja, da eine. Mann, warum übersiehe ich das so? Identified reading. Ja, jetzt ist es leider englisch. Oh, Mann. Oh, Mann. Das ist nicht einfach. Das ist nicht einfach. Ist das Hiss nur von mir? Oh, Mann. Es ist raus. Und du rechargst? Rechargst! Nein! Okay, das ist immer das Gleiche. Ich werde gleich die Gärte herrufen. Ich bin gestohren. Und sie macht sich... ...suren. Ich weiß, ich habe sie noch nie so gemacht. Die Böse ist selber. Wo ist das? Die Deft, die versucht mich zu evadieren. Aber jetzt wieder. Ja? Der erste Weg war... Ja, das ist der erste Weg. Wo ist er? Der Storke. Ja, rechargst! Warum muss ich da filmen? Recharg, recharg, recharg! Nein, nein! Verräg! Jawohl! Du musst den Kontrollpunkt... Ein Feind. Korrupt. Sprech. Sprech. Was ist der Kontrollpunkt? Was bedeutet das? Ja, wir spielen es auch mit dem Kontrollpunkt, by the way. Ja, wir spielen es auch mit dem Kontrollpunkt, by the way. Was ist das? Ja, wir spielen es auch mit uns. Mit uns? Mit uns? Ich kann nicht sagen, wie glücklich ich bin, wenn ich mit jemandem zu sprechen. Die Gefühle sind. Ich bin Pope. Emily Pope. Dr. Darling's assistant. Mein turn. Ich kann nicht lachen. Ich kann nicht lachen? Jesse Faden. Ich bin nur besitzt. Ich sollte nicht lachen. Ich kann nicht lachen. Ich kann nicht lachen. Ich kann nicht lachen. Ich kann nicht lachen. Direktor. Faden. Ich bin Jesse. Okay. Jesse. Ich bin Emily. Ich bin Emily. Ich bin irgendwie... diese Hustle. Diese Hiss? Das funktioniert? Ich muss sagen, das Problem da ist mit dem Mund, dass das nicht synchron ist. Die Lippen und das sind synchron. Obwohl es Englisch ist. Das ist komisch. Was hat das gemacht? Das waren Franzosen oder was? Gut, die kommen auch immer so viel Blödsinn. Also. Hoffentlich wird das nicht mit Corona mal so sein. Aber das ist ja ein Corona-Spiel gewesen. Ich meine... Ja, Mitte 2020 oder was weiß ich. Drei. Und... Extraordinariamente... Du. Du bist der Direktor. Und... Du bist der Direktor. Das macht dich speziell bei Definition. Trensch ist... nicht mehr der Direktor. Obviamente. Ich bin sorry. Ich habe zu viel gesprochen. Diese ganze Situation ist... einfach... viel. Trensch ist tot. Nichts. Warte. Ich habe deinen Körper gesehen. Und die Begun. Warte. Du bist es, wie ein Suicide. Das Handwerk. Auch... Und das kann sein... krass. Aber er bleibt mir, sagt mir... was. Es ist schwer zu erzählen. Aber du hast mich zu Clefieren. Der Einbewegte. Pushed the hiss out. The whole room shifted around. You did that? And you entered the building when it was already in the lockdown before you became the new director? How? I'm not ready to tell her about you yet. A janitor let me in. I love it. This is fucking unbelievable. It's... I can't even... Look, Jessie, I have a million questions and you probably have a million more. Like, do you know my brother Dylan? Not yet. But there's something I need to ask you to do first. If you can cleanse a control point, then you can maybe cure those infected or possessed by the hiss. Because if that's possible, our options are very different. Emily Pope. I don't know her. I don't know her. I don't know her already. She's the opposite of the faceless agency I've blamed for what happened to me for so long. But I can't trust her yet. Or rather the beautiful she's a partner. Yes. I can try. I'm speaking for you, of course. We can try it together. Okay. You're listening to me? We're doing it before we get on the explosion. Please don't hear my heart. And I can try to force your ass. Irgendwie. Es passt halt irgendwie nicht zusammen wie die tut. Das ist komisch. Das ist mir bewusst. 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 Ich kann sie nicht auslösen. Das ist mir bewusst. 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 Okay. Und so kann ich das greenen. Erinnert mich irgendwie an John White Skateboarding. Wo sich das auch so grauend dingern. Wo sich das so bewegt hat. Und Skatest. Also das war der Urgeller-Effekt. So ist es magig. Da haben wir den Dolin. Das war ein paar Städte. Was sind wir da lesen? Emily instructs Jesse to find the hotline. An object of power in the form of an old telephone. To understand the messages from the dead director trying to communicate with her. The hope they can provide inside to his invasion. Okay. Ja wo soll das Telefon sein? Müssen wir das sind das Quests oder was? Sollen wir die Zeit schicken? Fast travel. Das ist echt ein komisches Spiel. Ja ich nutze gerade meine Bluetooth-Kopfhörer. Und da bin ich, weil ich das Spiel auch da dran wollte. Auf einmal da angekommen und er steuert YouTube da wieder. Ja ich mag solche Tippen, so eine Musik. Oh meinst du so fehl. Ach du Scherze. Nein das war jetzt nicht mit Absicht. Gehen wir wieder zu dir auf. Ja. Vielleicht wissen wir was. The hotline should be in the communications department. Hm? Can you tell me what an object of power is exactly? This is all, well, new to me. Don't worry, I love going over the basics. So objects of power are mundane objects that has paranatural energies and have developed a link to the astral plane and can thus be controlled, which is what differentiates them from altered items, which are still housings of paranatural forces, but are more volatile and cannot be bound in the periutilitarian sense. Got it? Ja ich verstehe nichts. Can she memorize this? Got it? Thanks. Ja ich verstehe nichts. Ja ich verstehe nichts. Ich weiß nicht. Ich bin nicht sicher. Du sagst du, dass du hier warst, als du in den Sieht nicht immer? Du hast gesagt, die Oldest House, was ist es? Das Gebäude, die Büro-Headquarters, die Oldest House ist eine Veränderung. Du hast es gesehen, dass es ihre physicalen Grenzen ist. Ich bin in New York schon ein paar Mal. Wie habe ich nicht gesehen, dass das Gebäude ist? Es ist ein Attribut zu dem Gebäude. Das ist ein Gebäude von Macht. Die Oldest House ist nicht wichtig. Also, wenn du es versucht, dich zu finden, nicht. Das ist perfekt für uns. Die Arbeit, die wir hier machen, ist essentiell, aber nicht stabil. Die Büro preferiert es nicht bemerkt. Und wir brauchen starken Wälder, um sicher, dass nichts rauskommt. Also, ohne dich, ich hätte nie gefunden, die Front Door. Okay. Okay. Thanks. Ich bin sicher, dass ich noch mehr Fragen werde. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Die sind invece nur noch rot, gell? Da muss ich gleich was hinmachen. Hm, da kann ich wieder nicht. Also meine einzige Möglichkeit ist es da durch, nehmt? Also ich kann da wieder überall durch, was soll das dann? Ui, da kommen jetzt wieder ein paar. Okay arg. Oh. 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 Nein, wir sind nicht so, ich so schreie die Schraube! Es ist gut. Ich habe die Schraube gezogen. Ich habe die Schraube gezogen. Ich habe die Schraube gezogen. Ich muss da wieder irgendeinen Trick, ich weiß auch nicht was ich mache. Durchwühle, durchfetzen, durchspüren, genau so. Ja, dann kommen wir ja nur da hin, oder da, oder? Oh, der Kommunikations-Department. Aber da gehen wir auch wieder nicht weiter, ne? Na, geh. Ah, weh. Bitte kommen wir nur da entlang. Na, ich tät's ja mal damit belassen. Vielleicht kommt da noch was auf meinen Kanal, spinnt du es auf jeden Fall. Ey, das geht mir zu lang und da unterhalten, weißt du. Zu einer bin ich auch nicht unbedingt. Ja. 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 Ja.